Willkommen! Wieder was ganz Neues zeige ich Ihnen heute und zwar ein Modell von der Hausausstellung, Hausmesse von Willi Schillig, Modell 16780, eine Variante von Brooklyn und Broadway als Ecke mit Sitztiefenverstellung in Leder Z7343, zweiteilige Ecke mit großem Eck, mit vielen Funktionen und einem super Sitzkomfort. Nun, Brooklyn ist ein Klassiker von Schillig, läuft seit Jahren, hat einen relativ niedrigen Rücken, hier sitzt man natürlich dann noch komfortabler als Hochlehner und Sie haben in allen Sitzen diese Sitzverstellung drin, diesen Hebebeschlag, sodass Sie es sich wirklich hier sehr bequem machen können. Hier oben haben Sie dann noch einen Beschlag, um sich den Sitz vorzuholen und jetzt sitze ich richtig lümelig gut. Aber Sie können mit einem, ohne aufzustehen, mit einem Ruck den Sitz wieder normal tief machen und normal sitzen. Diese Lendenstützkissen empfehle ich vor allem in der hinteren Position, vorne für größere Leute stören Sie, für kleinere Leute sind Sie gut. Sie haben hier, die Kissen gehören übrigens nicht dazu, Sie haben hier eine schicke Armlehne, man kann auch so sehr schön liegen. Wenn Sie natürlich das hier weg machen, haben Sie mehr Platz, Sie können auch in der Ecke, Sie sehen es, diese Brücken-Sitztiefenverstellung benutzen, um noch mehr Platz zu bekommen. Die Garnitur wurde gezeigt zur Hausmesse und wird hier so, glaube ich, gar nicht gebaut, sondern in einer anderen Variante. Sie haben ein Einzelstück Hand gemacht, hier ganz tolle Qualität mit Biese und mit massiven Eichefüßen und, 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 vielleicht steht die Gruppe bald bei Ihnen. Es würde mich freuen, Sie haben wie immer bei uns 24 Monate Gewährleistung, die Schnäppchen-Garantie gebe ich Ihnen persönlich und jetzt machen Sie Klick. Dankeschön, auf wiederer Lurke, tschüss.